Herzlich willkommen bei der Sendung Geld. Einen schönen Abend. Seit wenigen Tagen, das endgehende Jahr, ist für die Anlegerinnen und Anleger, aber auch für die gesamte Finanzbranche sehr schwierig gewesen. Die Orgelenzen an der Börse, die hohe Inflation und die rasch und stark steigenden Zinsen haben den Sektor stark herausgefordert. 2022 war aussergewöhnlich und ein Jahr für Geschichtsbücher. Wegen der immensen Teuerung in Europa und den USA mussten die Notenbanken zinseschnell und heftig erhöhen. Das wiederum haben die Börse durchgeschüttelt und sowohl die Kürze bei den Aktien als auch bei den Obligationen unter Druck gebracht. Darum waren nicht nur Anleger, die auf Aktien setzen, mit Buchverlust konfrontiert, sondern auch konservative Investoren, die in erster Linie normalerweise weniger schwankungsanfällige Obligationen im Depot haben. Welche Herausforderungen kommen auf die Finanzbranche im kommenden Jahr zu? Was bedeutet das für unsere Kundinnen und Kunden? Welche Chancen setzen sich auf? Darüber sprechen wir jetzt mit Michael Steiner, CEO der Akrevis Bank. Wir haben gesagt, 2022 war wirklich ein aussergewöhnliches Jahr. Wie haben Sie als Bankenchef dieses Jahr erlebt? Ja, das kann ich nur bestätigen. Man hat ja gemeint, nach der Pandemie sei es, gehe es wieder einmal hoffentlich etwas ruhiger zu und her. Jetzt haben wir den Ukraine-Konflikt, wir haben den Iran, wir haben die Energiekrise und jetzt noch die Türik und die Zinsanstieg. Und das hat natürlich auch für uns als Bank Unsicherheiten gebracht, ganz neue Fragestellungen. Und insbesondere für uns als Bank relevant ist natürlich die Wende zu den positiven Zinsen gewesen. Das ist, man kann auch sagen, eine richtige Zeitenwende, die es hier verbracht hat. Ich habe es aber trotzdem, muss ich sagen, sehr positiv erlebt. Und zwar insbesondere auch aufgrund des Zusammenhalts, den wir in der Bank hatten. Da sind wir, und dafür muss ich auch dankbar sein, sehr positiv durch das alles durchgekommen. Wir haben, den Banken geht es gut und darum, trotz allem, irgendwo ein positives Fazit. Die grösste Herausforderung für die Anlegerinnen und Anleger, aber auch für uns Konsumenten, ist momentan die hohe Teuerung. Welches werden die Folgen für unsere Wirtschaft und aber auch bei Ihnen für die Bank sein? Ja, wenn man sich Gedanken zu den Folgen macht, dann ist natürlich zuerst einmal die Frage, wo kommt sie denn her? Und primär, glaube ich, kann man sagen, es ist ein Ukraine-Konflikt, der hier einen grossen Einfluss hatte. Und dann auch die Lieferketten, die ein Problem darstellen. Wenn sich diese beiden Probleme lösen, dann, glaube ich, darf man sagen, dann geht es sehr schnell zurück zur Normalität hinsichtlich der Teuerung. Wenn sich das nicht löst, dann werden wir sicher ein Abbremsen der Wirtschaft sehen, also ein weiteres Abbremsen. Und wir werden die Nationalbank sehen, die alles wird tun, um diese Teuerung zu bekämpfen, was höhere Zinsen bedeuten wird. Und entsprechend, ich persönlich erwarte zwar nicht stark steigende Zinsen, aber da wird die Nationalbank kein Pardon kennen. Sie haben die Zinsen angesprochen, wegen der hohen Teuerung sind die Zinsen ja bereits im 2022 stark gestiegen. Was bedeutet das für Sie, aber auch letztendlich für Ihre Kundinnen und Kunden? Also grundsätzlich muss man sagen, zum Glück sind die Negativzinsen weg. Da hat es ja enorme Verzehrungen in den Märkten gegeben und falsche Anreize. Ich glaube, positive Zinsen sind einmal grundsätzlich sehr gut für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung, aber auch für Sparrer, für unsere Vorsorgewerke und am Schluss auch für uns als Banken. Und das ist einmal vorweg sicher sehr, sehr positiv. Für unsere Kundinnen und Kunden hat es unterschiedliche Auswirkungen. Einerseits gibt es plötzlich wieder sinnvolle Anlagemöglichkeiten bei Obligationen. Das war jetzt jahrelang de facto eine tote Anlageklasse. Dann Sparrer, wenn auch noch einen kleinen, haben wieder einen positiven Zins auf ihrem Konto. Und schliesslich hat es auch bei den Krediten natürlich Auswirkungen. Da sehen wir wieder steigende Zinsen, aber ich glaube immer noch sehr gemässig die Zinsen. Die steigenden Zinsen und Turbulenzen an den Finanzmärkten erhöhen den Druck auf die Finanzbranche, sich weiter zu verändern. Auch unabhängig von den heftigen Märzschwankungen zwingen die Digitalisierung und die Forderung der Kundinnen und Kunden nach nachhaltigen Produkten, den gesamten Finanzsektor sich neu auszurichten und das Geschäftsmodell stärker auf Nachhaltigkeit und den Schutz des Klimas auszurichten. Für viele Kunden ist es eben nicht egal, was mit ihrem Sparbaz bei der Bank passiert. Der gesamte Schweizer Finanzplatz ist im Umbau in Richtung zu mehr Nachhaltigkeit. Welchen Beitrag leisten Sie? Das stimmt, das ist ein ganz wichtiges Thema für den Finanzplatz. Wir als Akrevis Bank sind seit dem Jahr 2020 klimaneutral und bei My Climate für das zertifiziert. Und wir sind auch kontinuierlich da, unseren CO2-Verbrauch zu reduzieren und unterstützen auch das Ziel des Bundesrats zur Klimaneutralität der Schweiz bis 2050. Dann, was sicher auch wichtig ist, ist unser Angebot an Finanzprodukte. Da haben wir beispielsweise nachhaltige Hypotheken, wir haben nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate, nachhaltige Vorsorgelösungen und unter anderem haben wir jetzt auch gerade eine Zusammenarbeit mit der Energieagentur St. Gallen gestartet, wo es darum geht, unsere Kundinnen und Kunden zu begleiten auf dem Weg zu energieeffizienteren Gebäuden. Eben, auch als Kundinnen und Kunden kann man einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Absolut. Trotzdem fragt man sich ja, was bringen denn so nachhaltige Finanzprodukte tatsächlich? Also, wenn man gerade im Anlagebereich schaut, ist das eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, es gibt sehr viele Anlagelösungen heute, wo mehr Grün draufsteht, als es denn tatsächlich drin hat. Viel Kosmetik. Viel Kosmetik, ganz genau. Aber ich glaube, insgesamt haben sich die Möglichkeiten schon erhöht, dass man gemäss eigenen Wertvorstellungen auch Anlagen tätigen kann. Aber ich glaube, ganz wesentlich ist, dass man sich da auch von Profis begleiten lässt, weil eben der Dschungel ist riesig. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, die anfangen sehr weitgehend heute. Beispielsweise, dass man halt schaut, dass man statt jetzt sagt, die Firmen, die viel CO2 ausstoßen darf, um ein Beispiel zu machen, die würde ich nicht investieren. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, gerade diese möchte man investieren, aber dann versuchen, Einfluss zu nehmen. Weil dort hat man den grössten Hebel, um die CO2-Reduktion tatsächlich auch zu erreichen. Und da verändert sich im Moment viel und da gibt es sicher gute Möglichkeiten. Aber die Welt retten kann man so nicht. Viele Leute sind am Ende des schwierigen Jahres verunsichert. Welchen Rat geben Sie insbesondere auch den Anlegerinnen und Anleger für 2023 auf den Weg? Also ganz grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, dass wir eine gute Ausgangslage haben in der Schweiz. Wir haben eine sehr solide und widerstandsfähige Wirtschaft. Das hat man auch während der Pandemie gesehen und während vielen anderen Krisen auch. Also grundsätzlich kann man sagen, bin ich eher positiv gestimmt und darf man positiv in die Zukunft schauen. Es ist aber auch sicher so, dass es viele Mitmenschen hat, die am Existenzminimum sind, wo Teuerung wirklich ein sehr relevantes Thema ist jetzt. Und das darf man sicher nicht vergessen. Aber wenn man jetzt die Wirtschaft als Ganzes anschaut, bin ich da sehr positiv. Und wenn man jetzt so ein bisschen schaut, was alles für Herausforderungen gibt und was für Probleme es in dieser Welt hat, glaube ich, lohnt es sich, wenn man einen Ratschlag dürfte geben, sich auf die Wert von Familien, Freunden, Mitmenschen zu besinnen. Und in der Hoffnung auch, dass es die nötige Gelassenheit gibt, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Wenn es um Anlegerinnen und Anleger geht, ganz konkret, dann glaube ich, ist der wichtigste Ort, dass man der Anlagestrategie treu bleibt. Man hat sehr gute Jahre, man hat sehr schlechte Jahre, das gibt es. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die langfristigen Entwicklungen mitmachen kann. Und trotz allem, ich glaube, wir können positiv sein, wir haben eine sehr widerstandsfähige Gesellschaft bei uns. Und da werden wir auch die nächsten Herausforderungen lösen. Danke vielmals für die Einschätzungen, Michael Steiner. Folgend ist die steigenden Zinsen, die Inflation und die Turbulenzen an den Finanzmärkten auch für den Versicherungssektor und für unsere Vorsorge, wie wir bei den gesunkenen Deckungsgraben der Pensionskassen sehen. Darum sprechen wir das nächste Mal mit Martin Jara, dem CEO Schweiz von Helvetia, über die Aussichten im Neujahr für unsere Vorsorge angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren. Zuerst wünsche ich Ihnen jetzt aber einen sorgefreien Jahreswechsel und alles Gute im 2023.